Also, ich bin nicht mal so ganz up to date mit den Namen. Johanna hilft mir herauszufinden, wer hier wer ist. Aber wie man sieht, ich bin gerade im Gehege 4. Ich würde sagen, die schwarzen Katzen hier sind fast alle super zutraulich und brauchen eigentlich Aufmerksamkeit. Und du? Du bist eigentlich eher schokobraun als schwarz, gell? Wir müssen herausfinden, wer du bist. Und ich würde behaupten, hier haben wir auf jeden Fall Casanova. Ich habe keine Ahnung, mit den schwarzen Katzen muss ich gucken, wer wer ist. Bist du etwa Aragorn und Legolas? Und wer bist du?